Hallo, ich bin Bill Wolf und habe die Selbstverteidigungstechnik Modern Defendo entwickelt. Defendo wurde 1918 erfunden, ich habe diese alte Technik modernisiert. Modern Defendo wird in der kanadischen Armee und bei der kanadischen Polizei angewendet und wir haben es modifiziert, um Zivilisten Selbstverteidigung näher zu bringen. Unser Training ist auf die westliche Welt zugeschnitten. Modern Defendo ist keine elitäre Martial Art, jeder kann es lernen. Und es muss ja auch leicht zu lernen sein, da wir bei der Polizei und bei der Armee in der Grundausbildung nur wenig Zeit haben, um den Menschen die Technik beizubringen. Man muss lernen, wie man physisch kämpft, aber auch Taktik und Einschätzungsvermögen sowie die Aufmerksamkeit werden geschult. Geist und Körper müssen im Einklang sein. Diese Technik des Modern Defendo bringen wir jetzt nach Europa, um den Durchschnittsmenschen, Männern wie Frauen beizubringen, wie man sich auf der Straße verteidigt. Denn das Leben wird immer brutaler und auch in Österreich nimmt die Gewalt zu. Move her out, move her out, move her out.